Hallo und Glück auf, liebe Erstsemester. Mein Name ist Johanna und ich begrüße euch zu den Couchgesprächen. Heute bin ich wieder mit meinem mobilen Wohnzimmer auf dem Campus unterwegs und habe mir einen neuen, interessanten Gast eingeladen. Mein Name ist André Ullmann, ich bin Standortleiter vom Gründernetzwerk SACSID an der TU Bergademie Freiberg. Ein Gründernetzwerk, was genau macht denn SACSID? Unsere Aufgabe ist es, die Studierenden, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Absolventen unserer Hochschule bei der Umsetzung ihrer Startup-Idee zu unterstützen. Kommt man dann als Studierende einfach mit seiner Idee im Gepäck bei euch vorbei und ihr helft ihm dann ein Startup aufzubauen? Also grundsätzlich haben wir zwei große Aufgabenblöcke. Das eine ist die Sensibilisierung der Gründerinnen und Gründer für die Idee des eigenen Startups. Und der zweite große Block ist das Thema der Gründerberatung, wo wir gemeinsam mit den Studierenden den Weg gehen der Ideenbewertung, der Geschäftsmodellentwicklung, der Finanzierungssuche, bis hin zu den ganzen formalen Rahmenbedingungen, die zu einer Gründung mehr dazugehören. Das klingt ja ganz schön aufwendig. Kommt Studierende dann meistens am Ende ihrer Studienzeit vorbei? Tatsächlich kann man ja jetzt keinen konkreten Zeitpunkt festlegen. Studierende sollen zu uns kommen, wenn sie eine Idee haben, wenn sie glauben, sie haben eine Lösung entwickelt für ein wirklich relevantes Problem und sie sind jetzt auf der Suche nach dem weiteren Weg. Also wie können wir das jetzt gemeinsam, diesen Weg zum eigenen Startup gehen? Und da ist es mir an sich egal, ob die Studierenden jetzt am Anfang oder am Ende ihres Studiums sind. Sobald sie eine Idee haben, gerne zu uns kommen. Wie kann man euch denn am besten finden? Wir sind in der sozialen Welt unterwegs. Wir haben einen Instagram-Account, wir haben einen LinkedIn-Account, wir sind auch bei Facebook unterwegs. Aber man kann uns auch einfach auf der Homepage suchen, www.tu-freiberg.de. Schreibt uns eine Mail, ruft uns an, wir machen einen Termin und überlegen uns dann, wie wir gemeinsam eure Idee nach vorne bringen. Alles klar, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal bei den Couch-Gesprächen dabei, wenn ich andere interessante Gäste eingeladen habe. In der Zwischenzeit könnt ihr euch immer auf unserer Website, der UniNow-App oder auf Instagram über aktuelle Termine und Veranstaltungen informieren. Und dann, Glück auf und bis zum nächsten Mal.